Wir machen Nordrhein-Westfalen schlauer. Mit Hilfe einer Software, die es heute schon gibt, erfassen wir den Unterrichtsausfall und bekämpfen ihn mit einer ausreichenden Reserve von Vertretungslehrerinnen und Lehrern. Gezielt und an jeder Schule. Hunderte von Schulleiterstellen sind nicht besetzt. Wir finden die Schulleiter und stellen sie ein. Wir stehen zur Inklusion, also zum gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Handicap. Aber Kinder, Eltern und Lehrer dürfen nicht überfordert werden. Denn Inklusion kann nur gelingen, wenn ausreichend Personal zur Verfügung steht. Bis es soweit ist, machen wir Schluss mit dem Schließen von Förderschulen. Wir wollen jedes Kind bestmöglich fördern. So machen wir Nordrhein-Westfalen schlauer. Denn NRW geht vor.